Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Haha, war ja irgendwie zu erwarten. Oh, war mein Fehler. Sollte ich lieber nicht machen. Wie sich das anhört, wenn das Eis wieder heile wird? Okay, das treffe ich schon mal nicht. Das ist eine komische Plattform, ne? Das funktioniert tatsächlich, ey. Ist ja unfassbar. So, dann machen wir mal den hier. Dann können wir einfach da hoch. Yeah! Bams! Dann schmeißen wir mal den blauen. Wummsdiwumms! Yeah! 20 Rubine. Okay, bevor wir da hochgehen. Einmal die Gesichter reindrücken. Wups! Ich kann ja auch einfach schmeißen. Ist ja auch egal. Alter, was für... Was für eine Durchschlagskraft. Bams! Bams! Yeah! Wieder 20! Juhu! Haben schon ordentlich Knete gefunden. Ups! He, 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 he. Wummsdiwumms! Warum mache ich das hier einfach so? So, mitkommen. Du stehst schon fast richtig, mein Freund. Okay, da ist nichts mehr. Lettuce Level. Man kann ein bisschen rumspielen mit dem blöden Hammer. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Was wir noch so an Rätsel bekommen. Ja, ich hasse Steine. Steine, die Geisel der Menschheit. Halt. Mitkommen. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie erinnern die mich an... ...bestimmte Gegner. An ganz bestimmte Gegner. Nein, nein, da sind sich viel Staaten hier druntergefallen. Ah. Da kommt erst mal mit. Wir haben ein großes Tool. Wir müssen ein paar Kupas vernichten. Immer diese... ...Anspielungen an Mario. Ich weiß gar nicht, was das... ...warum ich darauf komme. ...Bämms. Okay. Oh. Warum brechen die nicht ein? Wah. Nein. Nein, er wird abstürzen. Tschüss. Ist irgendwie doof. Hä, hä, hä? 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 Oder auch nicht. So, erledigt. Ja, es geht weiter. Das ist irgendwie... Alter, ich hab voll viele Herzen voll und wegen dem Kack. Ei, ei, ei. Mitkommen. Scheiß Eis. Rums. Rums. Rums die Bums. Mann. Verpiss dich. Mann. Sag dir, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Lass mal ein paar Herzen sammeln. So. Wieder schön voll. Und weiter geht's. Abschnitt Nummer 3 im Silberschrein. Bum. Oh. Bitte umkippen. Meins. Mein Herz. Jetzt brauch ich keine Herzen. Ah, okay. Machen wir mal Bums. Hat super geklappt. Ich bin stolz. Ja, wenigstens das klappt. Bum. Nicht mal richtig draufgegangen. Nur die Ecke berührt und zack ist es aktiviert. Das ist doch ganz toll. Oh. Ah. 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 Hinsliden und umbringen. Das ist wieder mal ganz toll. Bums. Einmal hier. Meins. Bäh. Blöden Säcker ihr. Machen wir den Weg frei. Wo sind die jetzt eigentlich hinten? Ach, sieh meine an. Hinsliden und umdrehen. Okay. Warte mal. Machen wir das nicht umdrehen, du Blödmann. Ja, hat sich ja voll gelohnt. Die Herzen lasse ich mal da drin. Ist da irgendwas drin versteckt? Nö, sah nur so aus. Bums. Bums, die Bums. Aha, ein paar Herzen, die ich nicht brauche. Ich fände es schöner, wenn man nur Herzen kriegt, wenn man sie auch braucht. Warte mal. Yay. Hat geklappt. Ich bin stolz. Okay, da kann man nicht drauf. Schade eigentlich. Halt. Nein. Halt, nicht drauf gehen. Da ist noch ein bisschen was Wertvolles drin. Ja, ein Steinchen. Aber egal, jedes Steinchen zählt. Und auf geht's in den letzten Abschnitt. Müssen wir jetzt wieder prügeln oder irgendwo durch? Ich vermute mal, dass wir uns jetzt prügeln müssen. Jo. Jo. Jetzt, stirb. Mann. Nervensäge, ey. Oh nein, da sind ja noch mehr davon. Oh, Hilfe. Was soll ich nur tun? Hallo? Ja, funktioniert super. Ich bin begeistert. Boah, ist das kacke. Boah, wieso müssen wir das denn alleine schaffen? Oh, ihr Missgeburten. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Dummes Vieh, ey. Oh, oh. Halt die Fresse. Boah, es ist ätzend, ey. Natürlich, weil du behindert bist. Ja, hier. Boah, ist das ein Scheiß, ey. Wo ist die dumme Sau? Oh, es geht doch. Boah, ist das kacke. Allein ist das echt schwer. Ja. Ja, ganz toll. Ich find's auch so... Okay. Ich wollt grad sagen, ich find's auch super, dass ich keine neuen Herzen kriege. Aber es hat sich gerade erledigt. Ich dachte, ich muss mich aufregen. Ich und aufregen. Haha. Ein Ding der Unmöglichkeit. Komm, verpiss dich. Hey, ins sind richtig hingestellt. Geht doch. Eieiei, was für eine Nervensäge. Mal gucken. Roter Panzer. Yay. Es geht doch. Ein roter Panzer. Woran ändert mich das? Ich hab keine Ahnung. Juhu. Edelsteine. Irgendwie hab ich jetzt voll Bock auf ein mittelalterliches Fest. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, mach hin, Spiel. Du bist manchmal echt lahmarschig. Besonders mit seiner scheiß Fotoerinnerung. Die interessiert mich einen feuchten Dreck. Jetzt schmeißen wir noch schnell den Eistempel hier mit rein. Schneeland. Eistempel. Feuerhandschuh und der Hammer. Prinzessin Marzelda steht zu Diensten. Eine Information, die ich eigentlich schon längst kenne. Aha. Danke, dass du mir zeigst, wo ich hin muss. Warte. Der Rote kriegt den Feuerhandschuh. Weil das thematisch so schön passt. Waaah. Slide ich runter. Ah, die können wir einfach so schlagen, um nur wegzurutschen. Das find ich gut. Bams. Da wäre er fast runtergefallen. Der Blau Don Marci findet hier alles mögliche. Nur nicht den Sinn des Lebens. Komm mal kurz mit. Ist da unten eigentlich was? Nö. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie mal sowas. Nicht runterfallen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier alleine weitermachen. Oh. Ja. Ein tolles Gefühl hast du da. Yeah. Wuuu. Ah, okay. Ah. Alles klar. Yeah. Okay, wir müssen alle hin. So. Schnapp ihn dir. Los, Tiger. Schnapp ihn dir. Wuuu. Mehr damit. Nö, 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 nö. Ach, und da unten ist das Triforce. oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich schwinge meinen Hammer in der Luft. Denn ich bin so ein kleiner Schuft. Okay, hier können wir sofort weiter. Verpisst euch. Ah, natürlich. Natürlich ein paar Herzen, die wir jetzt nicht brauchen. Ähm. Wupp. Ja, super Mann Da habe ich mir irgendwie anders jetzt gerade vorgestellt Aber egal Ups Yeah Oh, ich bin so heißblütig Ich bin so heißblütig wie ein Vulkan So, mitkommen Bums Okay, das ging jetzt auch relativ schnell So wie eigentlich alles hier in dem Spiel Yay Ich glaube, wir machen den Eistampion dieser Folge jetzt durch Ich nehme den Huckepack Dann nehme ich die Huckepack Weil wir jetzt auch bestimmt ein bisschen rumfeuern müssen Ah, die Nerven sägen Ah, ihr nervt Ja, jetzt war ich schon sehr Alter So, kratz ab Na, na Wie man die einfach so den Tod fallen lassen kann Das ist irgendwie cool Oh Sprach ja und fiel den Tod Und tschüss Erfolgreich erledigt Hey Ich wollte das noch einsammeln Was auch immer da drin ist Nein, 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 nein Yay, eine Potion Die brauche ich auch Ja, aber auch total nötig Warte mal Yeah, ein Herzchen Okay, mehr haben wir hier nicht Wahrscheinlich kommt jetzt das Triforce Triforce, Entschuldigung Sag mal, ihr wollt mich doch verarschen, ne Geht auf eure richtigen Positionen Mann, ist das denn so schwer Danke Ha Eistampel 3 Bis jetzt noch relativ easy Da muss ich nur ein bisschen durchtricksen Fixen, wixen Was Alles klar Okay, es geht nicht anders Wir müssen Uns mit dem Snapperl Den Weg freimachen Oh Ähm Wenn der Falsche oben ist Das ist natürlich ganz toll Na dann Na dann Komm Ja, komm Ja, fein Ja, fein Machst du das ja ganz fein Au Scheißdingen, ey Das tut mir voll weh Ey Mann Voll gemein So, mitkommen Und Wuhu Natürlich sammle ich jetzt Herzen ein Die ich noch nicht brauche Ey Oh Mann, ey Alter, das ist irgendwie falsch Okay Jetzt muss ich, äh Das ist gut Timen Yeah Ey, super getimed Ich hätte jetzt gedacht, dass ich das ein, zwei Mal verkacke Aber hey Ich bin halt gut Ah Doofes Vieh Ah, okay Jetzt brennt endlich Nein In der Hölle Hoffentlich brennt sie in der Hölle Und yeah Ein paar Steinchen Okay, hier ist nichts versteckt Schade eigentlich Dass ich da jetzt noch draufkomme Das ist irgendwie Erstaunlich So Mal einsammeln Okay, ich weiß Ich weiß schon, wo ich den hinkloppe Hallo Mach keinen Scheiß Yeah, yeah, yeah Ich bin reich Mö Ähm, mir geht's gut So Auf zum Grande Bosse Wir haben noch jemanden zu töten Bevor wir hier vorbei Äh, durch sind Ice Temple 4 Bossfight Keine Ahnung, was mich erwartet Da ich ja nicht so der Übersuchtige Zelda-Zocker bin Hallo Einfach mal aus Protest mitnehmen Ich bin ein bisschen nervös Okay Kann ich nicht kaputt machen Einfach mal kaputt Einfach mal kaputt Weil hier komm ich glaube ich Nicht mehr hoch Äh Ich hasse Steine Ja Dann wollen wir mal Es ist ein bisschen